Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von was kann man mit dem Handy alles gezeigt bekommen? Nein Spaß! Heute ein neues Tutorial und zwar ihr seid in der YouTube App und normalerweise standardmäßig werden euch hier so Vorschauen angezeigt, die leise abgespielt werden ohne Ton und das kann nervig sein, wenn man einfach nur was lesen will, was auf einem Thumbnail ist und deshalb zeige ich euch jetzt in diesem Part bzw. Tutorial wie ihr das umgehen könnt, also deaktulieren könnt. Ihr klickt auf euer Profil, geht dann runter zu Einstellungen, dort auf Allgemein und dort haben wir stummgeschaltete Wiedergabe und ja für Feeds und das steht standardmäßig auf immer aktiviert. Ihr könnt auch nur WLAN aktivieren drücken. Ich habe es auf ausgestellt, weil mich stört es und ja ist aber ein kleines Tutorial und ich hoffe es hilft euch oder hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen und ihr könnt mir auch gerne in die Comments schreiben, ob ihr mehr solcher Videos haben möchtet oder eben nicht. Hiermit sage ich Tutorial Ende und ciao Leute!